Ich kriege innerlich eigentlich die Krise, wenn ich so ein Teil anhabe. Hello ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr drauf, denn heute gibt es das hässliche Teile kombinieren Video. Und da geht es darum, dass ihr mir per Instagram direkt Teile zuschicken könnt, die ihr vielleicht gar nicht so schön findet und sagt, Sophia, ich finde es ein bisschen hässlich, das schaffst du nicht zu kombinieren. Bei diesem Format geht es nicht darum, dass ich irgendwelche Klamotten irgendwie verurteile oder sowas, sondern es geht darum, dass ihr vielleicht zu Hause irgendwas findet, was ihr eben gerade aussortiert. Vielleicht auch bei Kleiderschränken, eurer Familienmitgliedern und dem Ganzen vielleicht nochmal eine Chance gebt, weil ihr daraus ein super cooles Outfit kombinieren könntet. Heute habe ich mal ein bisschen was anders gemacht. Und zwar habe ich euch in der Instagram Story von mir einmal abstimmen lassen, wie ihr ein bestimmtes Teil hier kombinieren würdet. Und da haben wir sozusagen ein gemeinsames Outfit jetzt erstellt. Und ich habe euch auch noch bei anderen Teilen gefragt, wie hässlich ihr sie wirklich findet. Das heißt, wenn ihr mit abstimmen wollt, Leute, es lohnt sich auf meinem Instagram Account mal vorbeizuschauen, weil ich freue mich auch extrem, wenn wir gerade dieses Format hier einfach zusammengestalten. Wir kommen jetzt aber direkt zum allerersten Teil. Ein Teil, das wahrscheinlich nicht nur aufgrund des Musters und der Farbe sehr polarisierend ist, sondern auch aufgrund des Stoffes. Das ist ein bisschen wie so ein Netzgummistoff. Fühlt sich auf der Haut nicht super angenehm an und vor allen Dingen tut es auch zum Schwitzen anfördern. Also man schwitzt ganz schön heftig in diesem Teil. Auch hier habe ich euch auf Instagram gefragt, wie hässlich ihr das Teil wirklich findet. Und ich habe mir schon gedacht, dass einige das Teil wirklich ganz toll finden und andere es eher nicht so finden. Aber dass die Mehrheit eher sagt, das würde ich nicht gerade aussuchen. Ich habe mir dazu überlegt, dass wir das Ganze ganz klassisch kombinieren. Und zwar komplett mit Schwarz, weil ich finde, dass das Gelb schon genug schreit. Und gerade diese Neon-Gelb-Schwarz Kombination ja lange genug im Trend war. Deswegen habe ich das mit einem schwarzen Lederrock kombiniert. Mit einem engen Lederrock. Dann noch mit so einem Reißverschluss hier in der Mitte. Und ich muss sagen, ich bin so begeistert von diesem Rock. Er sitzt so gut und ich habe das wirklich einfach selten bei Bleistiftröcken, dass er wirklich sehr gut sitzt. Alle Links zu den Klamotten sind wie immer unten in der Infobox. Zu den Klamotten, die momentan noch erhältlich sind. Und dazu gab es dann eine schwarze Strumpfhose, ein paar hohe Schnüe-Boots, einen schwarzen Mantel. Und so fand ich das Outfit dann eigentlich auch schon komplett. Also mir persönlich hat es dann auch sehr, sehr gut gefallen. Und ich würde so auch absolut aus dem Haus gehen. Aber die Frage bleibt natürlich bei euch. Findet ihr, ich habe geschafft, das irgendwie zu retten? Oder sagt ihr eher so, hm, Sophie, irgendwie ist es total langweilig. Aber irgendwie ist es auch klassisch gut. Also schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das gut findet oder nicht so gut findet. Bei dem nächsten Teil bin ich wirklich super gespannt, was ihr sagt, ob ihr das überhaupt hässlich findet oder nicht so hässlich. Ich kann mich ehrlicherweise nicht entscheiden. Also ich würde dazu eher sagen, mutig. Es ist auf jeden Fall mutig. Es ist so eine riesige Fake-Felljacke in so einem Fliederton mit Punkten. Das ist auch wie so ein sehr warmes Braun. Also ich finde es sehr spannend, aber ich würde so eine Jacke persönlich niemals kaufen, weil ich weiß, es gefällt mir einer Saison. Und danach gefällt sie mir einfach gar nicht mehr. Bei diesem Teil habe ich mir gedacht, dass ich ein bisschen out of my comfort zone gehe. Und ich dachte erst mal komplett schwarz. Also ich habe noch schwarze Leggings angezogen. So eine glänzende Leggings. Das habe ich vorher auch noch nie gemacht. Aber vielleicht überzeugt mich der Trend ja schon noch ein bisschen. Und das dann mit einem schwarzen Rollkragenpullover kombiniert. Jetzt im Nachhinein hätte ich nicht so einen eng genommen, sondern so ein bisschen einen Oversize, der halt etwas länger ist. Aber so einen hatte ich leider auch gar nicht mehr zu Hause. Und dann habe ich dazu noch weiße Stiefel kombiniert. Warum mussten die weiß sein? Die mussten einfach weiß sein. Ihr werdet das jetzt sehen, wenn ich die Jacke anziehe. Kombiniert mit einer Beanie und einer schwarzen Umhängetasche mit so silbernen Kettenelementen. Ich denke spätestens jetzt merkt ihr, warum es weiß sein musste. Es musste einfach nochmal so einen Kontrast geben. Ich liebe die Kombination. Ich hätte niemals gedacht, dass das, was ich mir da vorgestellt habe in meinem Kopf, dass es auch wirklich gut aussieht. Aber ab und zu stelle ich mir was in meinem Kopf vor und merke danach, wie beschissen das aussieht. Aber in dem Fall muss ich sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden. Und ich finde, wären das ganze schwarze Stiefel, dann hätte die Jacke irgendwie nicht so den Wow-Effekt. Also klar, die Jacke ist schon an sich Wow. Aber durch die weißen Stiefel unterstreicht man das Ganze irgendwie nochmal so ein bisschen. Aber vielleicht irre ich mich auch komplett. Und ihr sagt Sophia, warum? Also lasst es mich wissen. Findet ihr, weiße Stiefel sind cool? Oder sagt ihr eher so, nee? Oder sagt ihr vielleicht bei dem Outfit cool? Aber ansonsten ein absolutes No-Go. Also weiße Stiefel sind ja bekanntlich dafür berühmt, dass sie ganz schön starke Diskussionen auslösen. Nun zu einem Teil, was man tatsächlich öfters mal vielleicht im Kleiderschrank von Mama finden könnte, von der Tante finden könnte. Die ist vielleicht jetzt aussortiert, weil sie sagt, ah, das habe ich mal getragen, als ich jung war. Und man sich selbst denkt, es gefällt mir eigentlich nicht so ganz, aber hey, kann man nicht irgendwie doch was rausholen? Liebe Leute, gerade solche Kleider, man kann was rausholen. Ich weiß, dieser Trapezschnitt, also der Schnitt, wo keine Taille ist, ist nicht gerade vorteilhaft für die wenigsten Figuren. Oder die wenigsten von uns fühlen sich auch wohl mit so einem Schnitt. Es ist alles relativ formlos und das Erste, was ihr natürlich machen könnt, um da wieder Form reinzubringen, ist ein Taillengürtel. Ich persönlich bin aber nicht so ein Fan von dieser Optik, wie es aussieht, wenn einfach so ein Taillengürtel drüber ist. Deswegen kombiniere ich persönlich sehr gerne einfach nochmal so ein Strickpulli drüber. Und in diesem Fall habe ich mich auch für so einen Navy-Strickblau entschieden, weil ich einfach fand, dass es sehr gut zu den blauen Punkten hier gepasst hat und es einfach mit dem Schwarz, was ja hier so all over drauf ist, am besten harmoniert. Schwarz wäre natürlich auch super gegangen. Jegliche andere Farbe hätte ich persönlich irgendwie ein bisschen kritisch gefunden. Deswegen bin ich persönlich immer noch der Meinung, dass Dunkelblau oder Schwarz dazu am besten passt. Und dann nochmal ein paar hohe Boots. Ich habe da nochmal diese dunkelrote Klatsch dazu kombiniert. Und ich finde auch diese passt vom Farbspiel harmonisch sehr, sehr schön dazu, weil wir auch einfach im Kleid nochmal Bordeaux rote Punkte haben. Ist ein Trend, der momentan, wie ich finde, sehr stark präsent ist. Also gerade wenn man so durch Instagram scrollt, dann sieht man gefühlt jeden zweiten Blogger mit so einem geprinteten Blumenkleid oder so einem Printkleid und einfach so einem Pullover oben drüber. Und das Ganze sieht bei denen immer total lässig aus. Und Leute, ihr müsst euch so ein Kleid bestimmt nicht kaufen. Ich bin mir sicher, dass irgendjemand in eurer Familie so ein Kleid noch zu Hause besitzt. Die Trends kommen immer wieder und gehen immer wieder. Und deswegen bin ich gespannt, ob ihr den Trend eigentlich cool findet oder eher sagt, geh mir weg damit, ich kann es nicht mehr sehen. Nun zu etwas wirklich super Spannendem. Auch hier habe ich euch gefragt, wie hässlich findet ihr das in der Instagram Story. Und der Balken ging eindeutig weiter nach vorne. Ich kann es auch nachvollziehen. Es ist ein Organza-Kleid. Ich persönlich, ich hasse Organza. Also mit Organza kann man mich jagen, weil meiner Meinung nach ist es der Dekostoff, der immer bei solchen Krimskrams-Lehen verkauft worden ist, wo man seinen Tisch zu Ostern damit dekorieren kann. Tut mir leid, aber es gibt auch eine Sache, wo ich sage, geh mir weg damit. Und das ist halt leider Organza. Ich finde, man schwitzt extrem drunter. Es ist wie gesagt für mich eher ein Dekostoff. Und meistens, wenn es nicht gerade das super hochwertigste, krasseste Teil für 2000 Euro ist, ist das Ganze so verarbeitet, dass die Naht super juckt. Also ich finde, es kratzt richtig und ich kriege innerlich eigentlich die Krise, wenn ich so ein Teil anhabe. Es ist super durchsichtig und ich hatte keine Ahnung, wie ich das als Kleid kombinieren kann. Klar hätte man vielleicht irgendwie so etwas drunter ziehen können, also eine Art Kleid und das dann als Überkleid. Aber ich habe mir gedacht, wir probieren irgendwie mal so ein Pariser Blogger-Outfit, nachdem ich so ein bisschen auf Pinterest geschaut habe und nach Inspo gesucht habe. Deswegen habe ich eine Jeans kombiniert und habe mir dann rote Accessoires, also rote, bordeauxfarbene Schuhe ausgesucht, wo ich dachte, dass die farblich deutlich besser passen. Also ich habe extra so einen Ton gewählt. In der Kamera sieht es noch schlimmer aus als in echt, aber es hätte schon etwas besser sein können. Die Fotos haben ein bisschen getäuscht. Und dann habe ich nochmal diese Klatsch hier genommen, die ich auch schon vorhin kombiniert habe. Also die Klatsch in Kombination zu den Schuhen ist übrigens mega. Die passt sehr, sehr gut. Und dann habe ich mir gedacht, benutze ich doch einfach meine Jeans. Die hätte vielleicht schon ein bisschen lockerer sein können, aber wiederum ist das Kleid so ausgestellt. Ich hatte ein weißes Oberteil erst runter unter diesem Kleid und ich dachte so, oh Gott, das passt nicht. Deswegen habe ich nochmal so einen schwarzen Spitzenbody rausgekramt. Und dann hat mir die Kombination auf jeden Fall nochmal ein Stückchen besser gefallen. Es wäre absolut nicht etwas, was ich tragen würde, beziehungsweise in dem ich mich großartig wohlfühlen würde. Aber man muss sagen, ich glaube, wenn man vielleicht nochmal eine Leggings dazu nehmen würde und schwarze Boots, dann wäre es ganz cooler. Wiederum denke ich mir, man braucht dort Statement-Schuhe, weil das ist eh schon too much. Und dann braucht man an den Schuhen auch nochmal was Krasses, damit das eigentlich wie bei der lilanen Jacke nochmal so unterstrichen wird. Hat nicht so ganz geklappt. Aber ich denke mir auch wiederum, wenn man das auf Instagram bei so einer Leonie Hanne oder einer Xenia Ardons oder einer Caro Dauer sehen würde, die eben gerade durch Paris läuft und dann so ein Street-Style-Foto macht, dann würden es die Leute wahrscheinlich auch wieder total abfeiern. Ist wahrscheinlich kein Alltagsoutfit, eher ein Fashion Week-Outfit, wo ich übrigens immer noch nie eingeladen worden bin. Aber egal. Ist ja nicht so schlimm. Vielleicht sollte ich einfach mal so hingehen. Aber ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Outfit sagt, denn da bin ich wirklich am kritischsten. Kommen wir nun zu dem Teil, zu dem Community-Teil. Also zu dem Teil, was wir zusammen auf Instagram bestimmt haben. Und zwar habe ich euch das hier gezeigt. Das ist ein Midi-Rock in einem pinken Satin, in einer sehr auffälligen Farbe. Ich habe euch zuerst gefragt, ob ich den Rock hier als Rock oder als Oberteil tragen soll. Und als ich das letzte Mal drauf geschaut habe, kam dabei Oberteil raus. Danach habe ich euch gefragt, ob ich das Ganze eher mit hellen Farben oder mit dunklen Farben kombinieren soll. Dann habe ich mir auch noch überlegt, dass ich euch direkt mal frage, ob ich das Ganze mit engen Sachen oder mit lockeren Sachen kombinieren soll. Und dann hieß es noch kurze... Nee, ich meine flache oder hohe Schuhe. Und ihr habt euch letztendlich entschieden für die verschiedenen Sachen. Nach euren Wünschen habe ich das Outfit also zusammengestellt. Und ich hoffe wirklich sehr, dass ihr damit zufrieden seid. Als Rock sieht das Ganze so okay aus. Also die Farbe überzeugt mich jetzt nicht. Wie ihr seht, das ist halt... Keine Ahnung, wäre auf jeden Fall nicht ein Teil, was ich aussuchen würde. Das Praktische ist, der Reißverschluss an der Seite geht komplett auf. Das heißt, da konnte ich schon mal gut überlegen, wie ich das Ganze als Oberteil trage. Aber ich habe erstmal auf jeden Fall die enge, dunkle Jeans dazu kombiniert, weil ihr habt ja gesagt, dunkel und eng. Und hohe Schuhe. Das heißt, das hatte ich schon mal. Das Einzige, was mir jetzt noch gefehlt hat, den Rock einmal als Oberteil zu tragen. Das heißt, ich habe ihn einmal umgedreht und zugeschlossen mit dem Reißverschluss. Und dann habe ich mir zwei Sicherheitsklammern genommen und die gegenüberliegenden Seiten dieser Rocküberschüsse, also zwischen den Schlitzen einmal, festgemacht mit der Sicherheitsnadel, so, dass es über der Schulter hängt und ich dann letztendlich wie so eine Art Jacke anhabe mit aufgeschnittenen Schlitzärmeln. Klingt super, super strange. Hat sich aber wahrscheinlich dadurch erklärt, dass ich euch das eben gerade im Video gezeigt habe, wie es aussieht. Ich bin eigentlich relativ zufrieden, obwohl ich vielleicht sagen muss, dass ich vielleicht nicht eine enge Jeans dazu gewählt hätte, sondern vielleicht so ein bisschen eine lockerere Jeans. Also vielleicht sogar so ein bisschen in so einem Baggy-Style. Aber das durfte ich ja nicht, weil ihr habt ja abgestimmt, dass es eng sein soll. Was sagt ihr? Weil das könnte eigentlich so ein richtiges Tänzer-Outfit sein. Kennt ihr diese Kurzfilme von den Tänzern auf Instagram, wo die immer voll auf die Musik abgehen? Und ich denke, das wäre ein Outfit, was ich irgendwie da so einordnen würde. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr sagt. Und vielleicht sagt ihr auch, es wäre cool, wenn ihr demnächst auf Instagram öfters mit abstimmt, wie das Outfit aussehen soll. Und ich dann einfach so eine Alternative nochmal mache und ihr dann einfach später nochmal entscheiden könnt, welches Outfit gewonnen hat. Also euer Outfit oder meine Outfit-Kombination. Ich glaube, das kann super, super spannend werden für die nächsten Teile. Falls ja, lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Vergesst nicht, mir auf Instagram zu folgen, falls ihr ganz viel mitbestimmen wollt, wie das hässliche Teile-Video aussehen soll. Und ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Bin so gespannt auf eure Kommentare. Alle Teile, die wie gesagt noch online erhältlich sind, sind wie immer unten in der Infobox verlinkt. Ihr könnt den Kanal hier unten einmal sehr, sehr gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Gebt dem Video sehr gerne ein Daumchen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Und bis bald. Tschüss.